Machen Sie das gerne? Was? Kinderschänder verteidigen? Ich verteidige nicht die Tat. Man kann nicht verteidigen, dass ein Kind missbraucht wird. Ich verteidige die Menschen. In meiner Welt stürzen Menschen in den Abgrund, wenn sie Fehler machen. Warum steht das so nicht in den Akten? Wir haben nie etwas gefunden. Nichts. Entweder man glaubt den Kindern oder man tut es nicht. Das sind die Menschen, über die sie da urteilen. Das ist alles kein Spiel. Ferdinand von Schirach. Glauben. Inspiriert von einer wahren Geschichte. Nur auf RTL Plus. Jetzt streamen. Für 4,99 Euro im Monat.